yo leute was geht ab ich bin es wieder euer lewe und ich darf wieder herzlich begrüßen zu einem neuen video auf meinem kanal ja freunde heute seht ihr gutes wetter ist zwar kalt aber naja fußball muss gespielt werden ihr wisst draw to pro bla bla ich sag dir das video läuft auf jeden fall vielen dank für 200 abos auf tik tok habe ich 1000 erreicht auch dafür vielen dank lewe fußball ok ich nehme mich einmal mit wir sind heute mit sven karl und linus werden denke ich pfeiffer challenge vielleicht auch tut das schon so was einbauen und auf jeden fall ein bisschen trainieren mir ich weiß nicht ob ich das mit aufnehmen aber ihr wisst bescheid viel spaß mit dem video und jetzt machen so elfmeter danach 1 gegen 1 gegen torwart freistoß vielleicht was von der anderen seite und dann tut es wer am meisten trifft der verlierer kriegt den arsch der zähne so so Musik Go, go, go! Go, go, go! Go! We're going to pen! Hey! Okay, ja, ich habe verloren. Man hat mal einen schlechten Tag, aber wir machen noch gleich zwei weitere Challenges. Wir machen auf jeden Fall noch Totals an, so den kommt es dann raus. Aber ja, erstmal jetzt ab zur Arsch, Schätze. Was zieht da los? Salidus! Ja, du kriegst ja den. Ja, du kriegst ja den. Ja, du kriegst ja den. Ich krieg dein Gesicht gleich. Er hat meine Hand gesnipet. Jeder hat zwei Versuche, ja? Grün? Ja, okay. Ich dachte, der wäre gut, ist halt egal. Ich bin mein Schuimmer GS. Oh, High course. Ich bin mein Schuh, aber ich habe denерьkraft. Ja, ich bin mir mal Ola! Ola! Das ist ein bisschen zu nütz. Alex! 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 Jo Freunde Fortnite So Freunde, jetzt bin ich auch schon wieder zu Hause angekommen Hier, äh, ja Auf jeden Fall hat es ziemlich Spaß gebracht Wir haben drei Challenges gedreht Ich konnte irgendwie dazwischen nicht reden Weil die Jungs unbedingt starten wollten Die haben mich übel gestresst Die Pisser Nein, also, äh, nicht Ich wollte eigentlich noch so ansagen Ja, jetzt machen wir eine Tutor Challenge So läuft es ab Aber wir haben einfach direkt durchgezogen Ohne Sinn Noch ein paar Grüße gehen raus Ich wollte mich auch nochmal bei Max bedanken Vielen Dank für die Kameraführung Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht Und korrekt, dass du dabei warst Ich werde euch auf jeden Fall viel mehr Content liefern Lasst deswegen jetzt nochmal ein Abo da Und ein Like natürlich für den Algorithmus Wir sehen uns auf jeden Fall wieder Wenn es wieder heißt Wie heißt es denn? Ich werde euch auf jeden Fall wiedersehen 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 Ich werde euch auf jeden Fall wiedersehen